Sie sehen gut aus, Agent. 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 Er versteckt sich! Auf der Seite da! Nicht flieh weg da! Mist! Was? Ja, er ist sicher noch da. Ich will, dass Sie Louis in Gewahrsam nehmen und nach Fairview bringen. Soll er wissen, dass er in Gewahrsam ist? Wie meinen Sie das? Ich meine, ich könnte ihn einlochen und er weiß, dass er eingelocht wurde. Oder ich könnte ihn einlochen, ohne dass er etwas hat. Und er langsleine lassen. Ja. Klar. Vielleicht flitten wir so noch mehr Ratten. Ah, genau. Danke, Chirpy. Kein Problem, General. Ein Haus neu geht. Warum nennt man sie Chirpy? Oh Mann. Danke. Jetzt verstehe ich, warum sie Chirpy heißen. Oh Mann. Ja.